Wir haben hier eine typische Parabelaufgabe vor uns, wie sie in jeder Aufgabengruppe in jedem Jahrgang in der Prüfung zum mittleren Schulabschluss an Mittelschulen Bayern vorkommt. Schauen wir uns da rein auch an, welche typischen Aufgaben hier zu erledigen sind. Man hat einen Scheitelpunkt, muss den in die Scheitelpunktform einsetzen und dann in die Normalform überführen, Klassiker, dann haben wir hier eine Normalform und jetzt der umgekehrte Weg, sie möchten einen Scheitelpunkt, dann sind zwei Parabeln zu zeichnen, das ist auch sehr oft der Fall, hier fehlt die y-Koordinate, die man rauskriegen soll, dann haben wir hier eine Schnittpunktberechnung, die Parabel p3 und p2, die schneiden sich in den beiden Punkten, also muss man es gleichsetzen und bei f haben wir noch die Aufgabe, eine Parabel, eine Normalform aufzustellen, wenn zwei Punkte der Parabel und die Information, dass sie nach oben geöffnet ist, gegeben sind. Das ist von oben bis unten Standard, da ist nichts Besonderes, da ist keine Lücke, nichts sonderbares dabei, geben wir es an, mit A. Den Scheitelpunkt in die Scheitelpunktform einsetzen. Die Scheitelpunktform, die schaut so aus. In die drei Platzhalter kommen die Informationen. Das hier wird bei uns ein Plus, weil die Normalparabel nach oben aufgeht. Der Scheitelpunkt ist bei 4 minus 3, in der Klammer, der ein x-Wert, da muss ich das Vorzeichen tauschen. Und hinten beim y-Wert nicht. Das ist jetzt Einsetzen des Scheitelpunktes in die Scheitelpunktform gewesen. Jetzt heißt es, diese Form hier, das hier, das ist eine binomische Formel, die heißt, die soll man jetzt in der anderen Form hinschreiben. Ich schreibe die binomische Formel, da ist ein Minus, das ist die zweite, die schreibe ich mal hin. Die zweite binomische Formel lautet a minus b in Klammern hoch 2. Kann man auch schreiben als a² minus 2ab plus b². Okay. Man erkennt das Muster. Wir haben das hier da stehen. Das hier. Und jetzt schreiben wir diese Form hin. Wir schreiben also, y ist, jetzt kommt x², jetzt kommt dieses Glied, 2 mal a mal b, hier muss ein Minus hin, 2 mal x mal 4, das ist 8x, und jetzt plus 4 hoch 2 plus 16, Minus 3 nicht vergessen. Okay. Dann kann ich hier noch ein bisschen was schöner schreiben hinten, das kann ich noch rechnen. Minus 8x plus 13. Das war jetzt eine Standardaufgabe, was haben wir gemacht? Scheitelpunkt in die Scheitelpunktform eingesetzt, die binomische Formel in der anderen Form hingeschrieben, und hier noch 16 minus 3 gerechnet. Gut. Gut. Schauen wir uns die Aufgabe b an. Dazu lassen wir das hier erst einmal verschwinden. b, ermitteln Sie rechnerisch die Koordinaten des Scheitelpunktes bei dieser Parabel. Eine Parabel, die nach unten aufgeht, in die Scheitelpunktform zu transformieren, gehört zwar zu den Standardsachen, aber es ist eine der schwersten. Schauen wir, wie das hier läuft. Wir schreiben die erst einmal ab. y ist minus x hoch 2 plus 8x minus 15. Mich stört das Minus hier vorne, denn ich muss jetzt gleich eine binomische Formel basteln, und da passt das Minus da vorne gar nicht. Folgender Trick. Alle Elemente dieser Gleichung nehme ich mal minus 1. Das bedeutet, alle kriegen ein neues Vorzeichen. Gut, jetzt ist das Minus vor dem x² weg. Dafür ist es hier drüben. Jetzt bastle ich aus diesem Teil eine binomische Formel. Da fehlt noch was. Hier ist ein Minus. Das ist die zweite binomische Formel. Ich schreibe sie mir mal eben hin. Hier drüben. Da steht a minus b in Klammern hoch 2. Kann ich auch schreiben als a² minus 2ab plus b². Wenn ich jetzt vergleiche, was ich hier habe, dann sieht das so aus, als ob ich von dieser Form hier schon die ersten zwei Sachen hätte. Und die dritte fehlt. So ist es auch. Das Minus ist da. Das a hoch 2x hoch 2 ist da. Und das hier ist 2ab. Wenn ich den 2 herausrechne und das a auch, bleibt b übrig. Das wäre in dem Fall das x raus. Wenn 2 raus bleibt, bleibt 4. Es ist immer die Hälfte dieser Zahl. Wir schreiben, Minus y ist x² minus 8x plus 4 hoch 2. Habe ich jetzt einfach dazu erfunden. Muss ich sofort wieder abziehen. Sonst stimmt ja die Gleichung nicht. Plus 15. Warum mache ich das? Einfach plus 4² erfinden und sofort wieder abziehen. Weil jetzt hier diese drei Teile diesem Muster hier entsprechen. Und jetzt kann ich die drei Teile auch so schreiben. Das mache ich jetzt. Klammer auf. x minus 4. Klammer zu hoch 2. Hinten steht noch minus 16 plus 15. Das ist das hier. Das kann man nachher einfach nur noch ausrechnen. Da hervorn bleibt noch minus y ist. Und jetzt können wir das hinten noch schöner schreiben. Minus 16 plus 15 ist minus 1. Jetzt stört nur noch das Minus hier vorne vor dem y. Das muss ich jetzt wieder rückgängig machen. Ich mache wieder mal minus 1. Dann kommt hier ein Plus hin. Hier ein Minus. Und hier wieder ein Plus. Das hier zeigt an, die Parabel geht nach unten auf. Und hier kann ich jetzt den Scheitel ablesen. Hier kann ich jetzt den Scheitel ablesen. Der Scheitelpunkt ist bei 4 1. Ich muss hier drin immer das Vorzeichen wechseln. Gut. Das ist nur ein Scheitelpunkt. Das war jetzt die schwierige Übung, aber eine Standardaufgabe. Was muss man da rein nach machen? Ich muss aus den beiden Teilen hier drei Teile basteln. Ich brauche die Hälfte der Zahlform x hier hinten zum Quadrat. Nach diesem Muster, das ist die zweite binomische Formel, dann kann ich die andere Darstellungsform hier her schreiben und erhalte so meine Scheitelpunktform. dann lassen wir mal diese Rechnung wieder verschwinden. Und schauen uns die nächste Aufgabe an. c Zeichnen Sie die beiden Parabeln? Wir haben jetzt den Scheitelpunkt von der einen hier oben und den Scheitelpunkt von der anderen, den haben wir gerade ausgekennet. Ich schreibe ihn mir nochmal hierher kurz. Den Scheitelpunkt, den wir ausgerechnet hatten, der war 4 1 Also brauche ich jetzt nichts anderes zu tun, als in dem Koordinatensystem diese beiden Scheitel einzuzeichnen. Bei dieser hier, die geht nach unten, die Schablone, und die hier geht nach oben. Ich habe das vorbereitet. Das sieht dann so aus. Da sind die Scheitel, die eine nach unten und die andere nach oben. Das sind leicht verdiente Punkte, so etwas zu zeichnen. Ja? Gut. Dann schauen wir uns die nächste Aufgabe an. D. Der Punkt D, 7, und dann fehlt die Y-Koordinate, liegt auf der Parabel P2. Und ich soll überprüfen, und ich soll nichts überprüfen, ich soll die fehlende Koordinate rausfinden. Okay. Die Parabel P2 lautet Y ist minus X hoch 2 plus 8X minus 15. Ich weiß, die X-Koordinate, also setze ich, und da muss ich höllisch aufpassen, in Klammern bitte, die X-Koordinate ein. Das ist dieses minus 7. Und schaut an, was rauskommt. und Y ist minus 49 minus 56 minus 15. Da sind wir gespannt, was da rauskommt. Der Taschrechner wird es gleich, der wird es gleich ausspucken. also, minus 49 minus 49 minus 56 minus 15. Da kommt raus minus 120. Y ist minus 120. Also, dieser Punkt D ist bei minus 7 minus 120. Kann das sein? ja, Parabeln gehen ja sehr steil und in dem Fall sehr steil nach unten. Und minus 7 ist schon relativ weit vom Scheitelpunkt weg. Gut. E. Ich habe jetzt zwei Parabeln und soll rausfinden, wo sie sich schneiden. Und zwar die Parabel P2, die muss ich mir hier rausschreiben. Die hier. P2 und P3. Schnittpunkt rechnet man so, dass man gleich setzt. Also ist gleich. Und links oder rechts schreibe ich jetzt P2 minus x hoch 2 plus 8x minus 15. Und auf der anderen Seite schreibe ich die P3 x hoch 2 minus 6x plus 5. So. Jetzt werden alle Elemente auf eine Seite der Gleichung geschmissen. Ich entscheide mich, weil ich gerne Pluszahlen habe. Naja, kann ich nicht ganz verhindern, dass hier auch Minus dabei ist. Ich schmeiße alles nach rechts. Also fange ich an mit Plus x hoch 2. Dann habe ich hier keines mehr. Habe dafür hier 2x hoch 2. Den Rest schreibe ich ab. Dann geht es weiter mit Plus 8x. Nein, Minus 8x. Wir brauchen schließlich die Gegenaufgabe. Minus 8x. Dann steht hier Minus 15 ist 2x hoch 2 minus 14x schon plus 5. Dann rechne ich noch Plus 15. Dann steht hier 0 ist 2x hoch 2 minus 14x plus 20. Die Zahlen möchte ich möglichst klein. Dann passieren weniger Fehler. Ich teile hier noch durch 2. 0 durch 2 ist 0. Das hier durch 2 ist x hoch 2. 14x durch 2 ist 7x. Und 20 durch 2 ist 10. Mit dieser Gleichung gehe ich jetzt in das Rennen, um das zu lösen. Gut. Da gibt es die bekannte Lösungsformel. Die arbeitet mit dem Buchstaben A, B, C. A. Deswegen ist es wichtig, dass man es in dieser Reihenfolge her schreibt. A steht immer vor dem x-Quadrat. Das ist bei uns eine 1. Das B steht immer vor dem x. Das ist also minus 7. Und C ist die Zahl 10. Ich schreibe das hier am Rand mal her. A ist also 1. B ist minus 7. Und C ist die Zahl 10. Wir werden jetzt die Formel mal her schreiben. Die steht auch in der Formelsammlung. Wer sich vernünftig auf die Prüfung vorbereitet, kann sie schon längst auswendig. Minus B plus minus Wurzel aus B² minus 4 AC geteilt durch 2A. Wir setzen die Zahlen ein. x1 2 ist minus B minus minus 7 ist plus 7. Plus minus minus 7 mal minus 7 also minus 7 hoch 2 ist 49. Minus 4 mal 1 mal 10 minus 40 geteilt durch 2A ist 2. x 1 2 ist 7 plus minus unter der Wurzel steht 9. Wurzel 9 ist 3. Halbe kommt die erste Lösung. Die zweite einmal rechne ich plus 7 plus 3 ist 10 durch 2 ist 5. Einmal rechne ich minus 7 minus 3 ist 4 durch 2 ist 2. Jetzt habe ich von meinen Schnittpunkten die heißen ja P und Q kann ich schon herschreiben habe ich schon 5 und 2 was noch fehlt ist die Y Koordinate Die kriege ich raus indem ich meine X Werte in eine der beiden Geraden einsetze in welche ist vollkommen egal. Ich nehme jetzt mal die P 3 Die schreibe sie ab Y ist X hoch 2 minus 6 X plus 5 Ich hätte auch die andere nehmen können ist egal denn an den Schnittpunkten sind beide identisch. Da setze ich jetzt die Zahl 5 ein für X Y ist 5 hoch 2 minus 6 mal 5 plus 5 Y ist 25 minus 30 plus 5 Das ist 0 Y ist 0 Also für den X Wert 5 kommt der Y Wert 0 raus Dasselbe mache ich jetzt auch nochmal für den Punkt Q Y ist 2 hoch 2 minus 6 mal 2 plus 5 Y ist 4 minus 12 plus 5 4 minus 12 plus 5 Landen wir bei minus 3 Y ist minus 3 Das ist also der Y Wert vom zweiten Schnittpunkt Hier sind meine beiden Schnittpunkte Standardaufgabe wie man die Schnittpunkte von zwei Parabeln berechnet Kommen wir Man sieht hier wie viel Rechnerei das ist Das ist schon nicht zu unterschätzen Lassen wir das mal wieder verschwinden und schauen uns die nächste Aufgabe an Der Punkt A und der Punkt B liegen auf einer nach oben geöffneten Normalparabel und ich soll herausfinden wie die Normalform dieser Parabel lautet Auch Standard es funktioniert mit der sogenannten Leerform der Normalform die sieht so aus Y Y ist X Quadrat plus PX plus Q Wichtig wenn das Ding nach oben aufgeht ist hier ein Plus sonst müsste ich hier ein Minus setzen das wird oft vergessen ist ein häufiger Fehler also nach oben geöffnet hier vorne Plus gut dann numriere ich das mal durch wir haben ja zwei Punkte ich setze jetzt mal Punkt A ein für Y 3 für X 1 ok 3 ist 1 plus P plus Q ich löse immer nach Q auf man kann auch nach P auflösen aber man stellt sich mal vor da wäre keine 1 sondern eine 3 dann müsste ich zum Schluss durch 3 teilen dann bekomme ich krumme Zahlen der sichere Weg ist immer nach Q auflösen also mit Gegenaufgaben auf die andere Seite minus 1 dann habe ich hier 2 ist P plus Q dann noch minus P dann steht hier 2 minus P ist Q dann habe ich das und fange an den zweiten Punkt einzusetzen in die Normalfall die ganz oben steht der zweite Punkt das schreibe ich jetzt 19 ist in Klammern minus 7 hoch 2 das ist wichtig wenn man das in Klammern setzt denn sonst schreibt ihr in die Tasche 7 hoch 2 und dann das minus später dahinten schon ist falsch 7 hoch 2 plus P mal minus 7 und jetzt kommt mein Trick denn jetzt mache ich folgendes ich habe ja hier bei der ersten Punkt eingesetzt habe nach Q aufgelöst das hier ist Q also schreibe ich wo das Q normalerweise ist da schreibe ich jetzt 2 minus P 19 ist 49 minus 7 P plus 2 minus P ja dann rechne ich hier noch zusammen 49 40 plus 2 ist 51 minus 8 P dann rechne ich minus 51 19 minus 51 19 minus 51 sind minus 32 geteilt durch minus 8 4 ist P jetzt weiß ich wie groß P ist und Q finde ich sehr leicht raus denn hier brauche ich jetzt nur mein P einsetzen und schon weiß ich wie groß Q ist also 2 minus 4 ist Q Q ist also minus 2 minus 2 ist Q jetzt kann ich meine ich schreibe vielleicht diese Leerform der Normalform nochmal her Y ist X hoch 2 weil es nach oben aufgeht plus P X plus Q und unsere heißt jetzt da gehen die beiden Punkte durch X hoch 2 plus 4 X minus 2 das war die Aufgabe F und damit haben wir die komplette Aufgabe die viele Punkte gibt gelöst nochmal es ist viel Rechnerei bei diesen Parabel Einzelaufgaben aber es gibt hier ich glaube sieben oder neun Punkte sogar das macht viel aus und das sind alles Standards die kann man einzeln super üben ok ok